Dieses Video handelt von der Testvorbereitung. Bitte wählen Sie aus der Liste Ihrer Testteilnehmer einen oder mehrere Personen aus. Für die Testdurchführung können Sie einen einzelnen Test auswählen oder eine Testbatterie bestehend aus mehreren Testverfahren anlegen. Bei einigen Verfahren, wie beispielsweise dem IST2000R, öffnet sich direkt nach der Auswahl ein Konfigurationsfenster. In diesem können Parameter und Module abgewählt oder hinzugefügt werden. Zudem können Sie Pausen zwischen den ausgewählten Tests hinzufügen. Durch einen Klick auf Tests hinzufügen öffnet sich die Liste Ihrer Testverfahren. Nach dem Anklicken der Pause können Sie deren Dauer bestimmen. Durch das Bestätigen erscheint nun die Pause direkt in der Testvorbereitung. Je nach Belieben können Testverfahren und Pausen durch einfaches Ziehen in Ihre Position verschoben werden. Rechts neben dem Startbutton werden in jeder Zeit Informationen angezeigt, wie beispielsweise die Dauer der Testbatterie.